Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich treffen die Gastgeberinnen am Abend auf Titelverteidiger USA. Die Französinnen wollen dabei ihren Viertelfinalfluch beenden, denn bei den vergangenen vier Großturnieren war jeweils im Viertelfinale Endstation. Die Aufgabe wird nicht leicht, die USA gelten als Top-Favorit auf den Titel. Ihre Stars Alex Morgan und Megan Rapinoe erzielten insgesamt acht Tore. Für viele ist es das vorweggenommene Endspiel. Beide Teams konnten alle vier Turnierspiele gewinnen.